das ist der millionen ist den das ist mein produzent winzenstein das ist ein partner da oder bitte vom herz sagt wie schmeckt er wassermelonen ja ohne blieben ohne alles warum hast du schon zitrone aber es ist was besonderes okay erst mal was ehrlich so krass ist nicht zu süß weiß was geil ist das so ein bisschen sauer ist es auch geiler als zitrone meine persönliche meinung ist ein herz ich will auch ehrliche meinungen wurde jetzt was los zitrone ist auch schon nicht geil und du bist begeistert also ich merke ich liebe was ich doch auch wurde erst mal geil bei euch dankeschön für deine meinung ich mache dich auch damit die leute wissen wer du bist